Ich sehe eine schöne Sommerdekoration. Mein Lieblingsmotiv Wiesenblume für dieses Jahr im Sommer bis zum Herbst rein absolut schön dekorierbar. Auf Balkon, Terrasse, im Garten und selbst wenn man eben keinen Garten hat oder Balkon, holt man sich einfach das Sommerfeeling nach Hause. Die Kugel, ich stelle sie mal eben ab, hat einen Durchmesser von 15 cm und ist aus Steingut. Das heißt, sie hat auch eine gute Stabilität und ist tatsächlich für den Außenbereich gemacht, auch für Wind und Wetter gemacht und wenn man mag, kann man natürlich ganz, ganz viel kombinieren. Ich habe sie hier gerade kombiniert mit unserer Vogeltränke, was tatsächlich aber auch als Teller oder als Obstschale verwendbar ist. Da guckt gerne nochmal im Shop, was alles zu ergänzen dabei ist, denn ihr seht so ein bisschen die Vase passt gut dazu. Es gibt Übertöpfe, es gibt auch noch so Herzchen zum Hängen. Also alles zum Thema Blumenwiese habe ich mir für diesen Sommer rausgesucht und zum Beispiel hier diese Kugel mit 15 cm im Durchmesser. Würde sehr, sehr gut passen, auch in Kombination, wenn ihr es so dekorieren möchtet, zusammen mit der Vase. Ich stelle euch das auch ganz gerne mal dazu. Vielleicht sagt ihr nur die Vase und die Kugel. Ist was, was sehr gerne und schon sehr oft verkauft wurde bei mir im Shop. Vielen Dank dafür. Viele Dekobilder findet ihr in der Bildergalerie bei mir. Scrollt da mal durch. Da ist gerade diese Kombination auf jeden Fall en vogue. Ich freue mich dann auf eure Dekobilder. Vielleicht möchtet ihr so ein bisschen kombinieren. Vielleicht mit den Blumen, vielleicht stellt ihr andere Blumen rein. Vielleicht gar nicht mal auf dem Balkon, sondern aufs Fensterbrett dekoriert zu euren anderen Blümchen dazu. Ich bin sehr gespannt. Dann viel Spaß beim Dekorieren. Diziebbench Dizieb summertime